Drei, Zwo, Eins Kein Moment, ich probiere es, Achtung Kettenreaktion, nochmal, warte Der wird beide runtergefallen So, Achtung, fertig, los Das kann man auch Titanfall nennen Ja, ich hab gewonnen Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther Und wir spielen eine Runde, Pink Panther sagt, in Titanfall Man kann es gar nicht glauben, aber es gibt ja jetzt private Lobby Und wir haben das Ganze eben schon mal kurz angetestet Und jetzt werden wir, ja, werden wir das jetzt mal austesten Von daher, meine Mitspieler, der Max Maroon Hallo, grüßt euch Dann haben wir den Special Gun Nummer 1 Juhu Black Eyes Servus C-H-K-5-5-5 Ja So geil hat deinen Namen noch niemand ausgesprochen, sehr ehrlich Ja So, und dann de Wolle Hallo Und dann haben wir noch den M-Rix So was immer M-Rix Ja, genau Hi So sieht's aus Ja, der Max, der könnte euch eventuell schon mal bekannt sein Denn der war das eine oder andere schon mal bei mir in den Videos drinnen Bei Titanfall Und hat auch einen Kanal Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Könnt ihr da mal vorbeischauen Erlebt nämlich, glaube ich, gerade jetzt ein Video So, na dann Auf die Plätze Fertig Pink Panther sagt Schaut nach oben Jawohl Pink Panther sagt einen Schuss Schön Beinah hätte ich das Flugzeug abgeballert Aber hier kann man zumindest sagen Guck mal, da oben ist das Flugzeug Der Wolle Der Wolle Guckt mich nicht an Dafür kriegt er jetzt erstmal richtig einige brutzelt Booms Geplatzt, würde ich mal so sagen Prima Pink Panther sagt Hockt euch hin Ja gut, ich lasse nochmal recht vor Dings ergehen Ich hab die Tasse nicht gefunden Sorry Ja So, Pink Panther sagt Dreht euch im Kreis Bis ich Stopp sage Das nennt man Titan-Tanz So, Pink Panther sagt Jetzt völlig ausflippen Mit springen, drehen, hüpfen Ich liebe es Sehr geil Pink Panther sagt Hinhocken Pink Panther sagt Hinhocken und mir folgen Geht das? Mhm Ich hab die geil Das ist mal ne richtig geile Krabbelgruppe Was? Da kommen irgendwelche angelaufen Hilfe Gut Pink Panther sagt Folgt mir Schnell Schattensystem online Schattensystem online Mal gucken was wir hier so auf der Map so alles anstellen können Bestimmt so episch aus Wir haben uns festgekeilt Die haben sich festgekeilt So Pink Panther sagt Stellt euch in einer Reihe auf Jetzt müssen wir mal gucken was wir hier austesten können Genau Wir machen das so So Der letzte der jetzt gleich hier durch das Tor läuft Den kill ich Also es wird ganz lustig Weil hier ist glaube ich nur Platz Ähm Was? Hallo? Hallo ihr Beis? Ich hab nicht Pink Panther sagt gesagt Ich würd nicht wenn's fettig ist Ihr So läuft der Hase hier bei mir nicht So Der ist auch weg Ich hab gar keine Kiste dabei Oh Jetzt bin ich tot Warte mal Ich pflück dir mal da raus den Typen Mal gucken wie der aussieht wenn ich ihn da raus geholt hab Bleibt mal hier Nein Och man jetzt platzt der arme Kerl Oh wie schade Er landet da Rechts Rechts Was? Er landet rechts Vor mir? Links 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 Was? Da unten Links Da oben Wo? Nehm den Nehm den rechten Titan Da in die Richtung Ja ja Da in den Containern steht er Da? Nein Da? Wo? Einer noch Was? Egal So Na gut Kino steh hier ne Nochmal so Wo was heißt denn hier? Hier Ach da Warte mal ich komme Oh sorry Ich wollte Es tut mir jetzt leid Ich Ja ich hab so große Füße Tut mir leid So Ähm Pink Panther sagt Kommt mal zu mir ihr beiden So Pink Panther sagt Stellt euch ganz nah am Rand Ganz ganz nah am Rand Und derjenige Der am weitesten sozusagen noch auf dieser Plattform steht Den schubse ich runter Okay Ich zähle von 5 runter Und dann zählt es ja Ihr müsst selber darauf achten wie eure Füße stehen Wenn ich bei 1 angekommen bin Dürft ihr euch nicht mehr bewegen Weil dann werden wir genau zusammen entscheiden wer gewonnen hat Okay 5 4 3 2 1 Wow Eindeutig Der eine der glitscht ja schon richtig in der Luft Und das ist Der nicht Perfekt So Dann machen wir beide jetzt noch Ähm Einen Fight Also du kannst dich wieder hier vorne hinstellen Und äh Dann würde ich sagen äh Geht's gleich denn auch los Von daher 3 2 1 Los Was Was Oh nein Ich muss nachladen Da Da ist es Ja Schreibt's mal unten in die Kommentare Wie es euch gefallen hat Äh Ob ich sowas nochmal machen soll Oder vielleicht Wir suchen und verstecken Auf dem Maps mit den Titans machen sollen Oder so Oder catch the whip Oder weiß was ich was Also ist ja echt einzigartig Dass man da jetzt sowas machen kann Ja von daher Schreibt's in die Kommentare Was sollen wir machen Wenn es euch gefallen hat Video Daumen nach oben lassen Und wie gesagt Auch mal bei dem Max Maroon vorbeischauen Ist unten verlinkt Bis dahin Tschüssigowski